Mein Mann und ich sind am Wochenende extra nach Dortmund gereist, um uns ein Scooter-Konzert anzuschauen. Und damit die Fahrt sich auch lohnt, haben wir uns für die Nacht ein Hotelzimmer genommen. Wir sind zur Mittagszeit angekommen, also hatten wir noch jede Menge Zeit bis zum Abend. Bei Strahlen im Sonnenschein sind wir in ein Würzhaus am Friedensplatz eingekehrt und haben es uns dort ordentlich schmecken lassen. Anschließend haben wir die City erkundet und fanden uns inmitten von unzähligen Dortmund-Fans wieder, die sich schon für das Spiel zur späteren Stunde eingestimmt haben. Und dann war es endlich soweit. Während wir uns zur Westfalenhalle aufmachen, mussten wir am Stadion vorbei, wo bereits das Dortmund-Spiel im vollen Gange war. Auf unseren Plätzen angekommen, ging es dann noch zeitig los. Plötzlich waren wir wieder 20 und gingen passend zum Beat der Bassdrum ab. Und damit wir diesen perfekten Tag niemals vergessen, haben wir uns Scooter-Fan-T-Shirts gekauft. Hyper, hyper!